Was ist Sexismus? Sexismus meint geschlechterbezogene Diskriminierung, also Benachteiligungen von Personen aufgrund ihres zugeschriebenen Geschlechts. Damit einher gehen auch geschlechterspezifische Vorurteile. Entsprechen Menschen diesen Vorteilen nicht, sehen sie sich häufig mit einer Abwertung konfrontiert. Diese Abwertung reicht von Gesten und Kommentaren bis hin zu konkreten Handlungen. Frauen, die beispielsweise selbstbewusst auftreten und einen Job nicht bekommen, weil ihr Verhalten als zu aggressiv, da zu männlich wahrgenommen wird, erfahren Sexismus. Sexismus ist der Nährboden für die sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Wie ist dieses sexualisiert zu verstehen? In diesem Video verwende ich die Begriffe sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Sie werden auch andere gängige Bezeichnungen finden, beispielsweise sexuelle Übergriffe und Belästigungen. Der Begriff sexualisiert soll im Gegensatz zum Begriff sexuell zum Ausdruck bringen, dass es TäterInnen nicht darum geht, sexuellen Kontakt herzustellen, dem das Gegenüber zustimmt. TäterInnen gebrauchen sexuell konnotiertes Verhalten als Mittel zur Abwertung, Ausgrenzung, Verletzung und Machtausübung. Es geht also darum, durch ein spezifisches, sexualisiertes Handeln Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse herzustellen, aufrechtzuerhalten und zu festigen. Sexualität eignet sich besonders, da es schambelastet und tabuisiert ist und daher oft darüber geschwiegen wird. Es gibt auch eine Abkürzung, die man in der Fachliteratur immer häufiger findet, nämlich SDG. Das steht für sexualisierte Diskriminierung und Gewalt. Welche konkreten Beispiele gibt es für sexualisierte Diskriminierung und Gewalt? Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt umfasst unerwünschte, sexualisierte, verbale und nonverbale Verhaltensweisen. Das können es sein. Anzügliche Bemerkungen, sexuelle Anspielungen, obszöne Witze, unangenehmes Anstarren oder Angrinsen, Nachpfeifen, Kommentare über den Körper, unangemessene Komplimente, aufdringliche Fragen über das Privatleben oder die körperliche Erscheinung einer Person. Das Schicken oder Zeigen von pornografischen Bildern. Körperliches zu nahe treten. Unprofessionelle und unangemessene Verhaltensweisen, wie beispielsweise eine Einladung der Lehrperson in ihre Privatwohnung zur Besprechung von Prüfungsleistungen. Unerwünschte Annäherungsversuche und damit einhergehend ein Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen. Stalking. Unerwünschtes Auffordern zu und Erzwingen von sexuellen Gefälligkeiten oder Handlungen. Körperliche Übergriffe oder versuchte Vergewaltigungen bzw. Vergewaltigungen. Ist SDG wirklich ein Thema an der Hochschule? Man stellt sich Hochschulen gerne als Orte vor, an denen intelligente, aufgeklärte Personen ein Umfeld ohne Ungleichheiten und Diskriminierung schaffen. Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt hätte demnach hier auch keinen Platz. Von ihrer Geschichte her sind insbesondere Universitäten aber männlich dominierte Institutionen, die von Machtasymmetrien und Abhängigkeitsverhältnissen geprägt sind. Diese Eigenschaften begünstigen das Auftreten sexualisierter Diskriminierung und Gewalt. Da Hochschulleitungen um den Ruf ihrer Institutionen bemüht sind, meiden sie es häufig, das Thema in der Öffentlichkeit zu besprechen. Umso weniger SDG thematisiert wird und umso weniger Vorfälle öffentlich gemacht werden, desto mehr verfestigt sich das Druckbild einer Diskriminierungs- und gewaltfreien Hochschule. Das Problem ist jedoch auch an Hochschulen allgegenwärtig. Sexualisierte Übergriffe können in Lehr- und Lernkontexten als Strategien eingesetzt werden, um Macht zu demonstrieren und Personen zu verunsichern. Durch den Mythos einer diskriminierungsarmen Hochschule wird der offene Diskurs über das Thema erschwert. Es entsteht ein Klima, in dem sexualisierte Diskriminierung und Gewalt zum Tabu, zur Normalität oder zu einem individuellen Problem gemacht wird. Das führt wiederum dazu, dass Betroffene sich davor scheuen, Vorfälle öffentlich zu machen, da dies negative Konsequenzen mit sich bringen könnte. Fehlverhalten wird häufig immer noch diskret behandelt, um TäterInnen vor dem beruflichen und persönlichen Ruin zu schützen. Das Verhalten wird normalisiert und Betroffenen signalisiert, dass Vorfälle keine Konsequenzen nach sich ziehen. Um der Tabuisierung entgegenzuwirken und ein diskriminierungsarmes Klima zu schaffen, ist daher das Sprechen über das Thema, das Reflektieren der Machtasymmetrien an den Hochschulen, das Anbieten und den Anspruch nehmen von Awareness-Trainings und die Verbreitung von Informationen notwendig. Wer ist betroffen? Wer ist TäterIn? Es gibt nur sehr wenige Studien über SDG im Hochschulkontext. Alle kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass sich sexualisierte Diskriminierung und Gewalt durch alle akademischen Disziplinen und Statusgruppen zieht. Stärker betroffen sind dabei Studierende, jüngere Frauen, Frauen in befristeten Beschäftigungsverhältnissen, rassifizierte Personen, LGBTQI-Plus-Personen und Personen mit Behinderungen. Es zeigt sich also, dass Diskriminierungsmerkmale wie Migrationsgeschichte, Behinderung, Geschlechtsidentität und Sexualität die Betroffenheit verstärken. Die Belästigung oder Übergriffe gehen dabei meist von Männern aus, sowohl von Kommilitonen als auch von Professoren und Uniangestellten. In einer EU-weiten Studie zu sexualisierter Belästigung an Hochschulen aus dem Jahr 2012 wurde erhoben, dass in 96,1 Prozent der Fälle Männer die Täter waren. Das bedeutet aber nicht, dass Männer nicht auch betroffen sind. Besonders Männer, die von normativen Männlichkeitsvorstellungen abweichen, sind Ziel von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt. So sind Männer am häufigsten verbalen Beleidigungen und Diskriminierungen ausgesetzt, die die sexuelle Orientierung betreffen. Die Täter sind den Betroffenen in der Regel bekannt. Vorfälle finden meist in privaten Räumen, in Besprechungszimmern, Büros, in Hörsälen oder am Campus statt. Aber auch über soziale Netzwerke, per E-Mail oder übers Telefon. Wie viele Personen tatsächlich betroffen sind, lässt sich nur schwer rekonstruieren, weil Betroffene häufig schweigen und es zu keiner offiziellen Beschwerde oder Anzeige kommt. Und das selbst an Hochschulen, an denen es spezielle Maßnahmen und Stellen zur Bewältigung dieser Probleme gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Schuldgefühle, Scham über das Geschehen zu sprechen, mangelndes Wissen darüber, wo man sich Hilfe holen kann, mangelndes Vertrauen in die gesetzten Maßnahmen, das Gefühl, dass nichts unternommen werden kann, Angst vor dem Meldeverfahren und Angst vor persönlichen und oder akademischen Konsequenzen. Außerdem begünstigt ein Nahverhältnis zu dem Täter, zu der Täterin, dass über Vorfälle nicht gesprochen wird. Sexualisierter Diskriminierung und Gewalt im Hochschulkontext hat für Betroffene weitreichende und vielfältige Auswirkungen. Dazu zählen die Beeinträchtigung der akademischen Leistungen. Studierende meiden Orte oder Seminare, wechseln ihr Studienfach, pausieren ihr Studium oder brechen es ab. Symptome einer Depression oder Angststörung. Soziale Isolation. Selbstvorwürfe, Scham und Schuldgefühle. Angstgefühle. Aber auch ein höheres Bewusstsein für Diskriminierung und proaktive Reaktionen, wie zum Beispiel das Engagement in einer Organisation. Viele Betroffene glauben, für das Geschehene verantwortlich zu sein, weil sie entweder nicht genug getan hätten, um den Vorfall zu verhindern oder weil sie glauben, den Angriff in irgendeiner Weise provoziert zu haben. Das führt dazu, dass sie es meiden, über das Erlebte zu sprechen. Auch aus Sorge um die berufliche Zukunft melden viele Betroffene Vorfälle nicht. Dabei ist es wichtig festzuhalten, Betroffene sind nie schuld an grenzüberschreitendem Verhalten. Es liegt nicht in der Macht einzelner Individuen, die strukturellen Verhältnisse an der Universität zu ändern. Es muss an vielen Schrauben gedreht werden, damit die Hochschule ein Ort wird, an dem sich alle sicher und wohl fühlen. Vorfälle sexualisierter Diskriminierung und Gewalt als solche anzuerkennen und zu thematisieren, ist nur ein erster Schritt.